Das hier lähmt jede Firma, Prozesse einzuführen, um Risiken zu minimieren. Was meine ich hierbei? Naja, du hast bestimmt schon erlebt, dass dein Chef keine Entscheidung trifft oder du nicht mal bereit bist, eine Entscheidung zu treffen. Das liegt daran, dass es einen Prozess gibt. Und wenn du diesen Prozess verlässt, dann kriegst du eins auf die Finger. Das Problem dabei ist nur, keiner verlässt mir den Prozess, alle schalten ihren Verstand aus und ob der Prozess Sinn macht oder nicht, er wird durchgehalten. Das führt dazu, dass weniger gute Entscheidungen getroffen werden. Es dauert auch viel zu lang und die Firma geht in eine Abwärtsspirale, mal von der Moral ganz abgesehen. Ich gebe dir mal ein Beispiel, was ich mal erlebt habe bei einer sehr großen Firma. Man nannte das Vertrag im Umlauf. Das bedeutete, nicht mehr der, der den Vertrag letztendlich unterschrieben hat, hat das Ding gelesen, unterschrieben und ab dafür. Nein, es waren sechs Leute auf diesem Vertrag im Umlauf verfahren. Das bedeutete, Nummer eins sah, da sind noch fünf, die werden das lesen. Ach, ist okay. Nummer zwei dachte, ach, der erste, der ist so genau, der hat das gelesen, das passt schon. Und das ging so durch bis zum letzten. Der sagte, die haben das alle gut verfunden. Wer, wenn ich, dass ich das in Zweifel ziehe, hat es auch freigegeben. Vertrag wurde unterschrieben. Bäm, das war ein wirklich scheiß Vertrag. Und das ist, wenn man Prozesse einführt, um Risiken zu minimieren, ohne Verstand. Ich bin mal auf deine Geschichte gespannt. Was hast du denn so erfahren, wo es mal einen Prozess gab, der wirklich kacke war? Und denk dran, mehr führen, weniger ausführen. Und jetzt sagen wir, wir Vielen Dank.